Alles klar, Ryo? Ja, ja, passt was. Kannst du es hören? Bitte? Kannst du den Zombie hören? Hier ist irgendwo ein Zombie. Kannst du den Zombie hören? Er möchte dich grüßen. Er will dich verstören, hätte ich jetzt eher gesagt. Alter, ich glaube, ich höre hier irgendwie ein Nethertor oder sowas. Kann das sein? Ja, da hinten. Du lässt hier auch immer die Tür auf, Raza, ehrlich. Wir sind auf jeden Fall nicht in eurer Nähe. 100 Pro nicht. Kann nicht sein. Sagst du. Ich habe was doch geblaust gefunden. Oh, da ist ein Enderman. Was ist das denn? Ein Enderman, der macht... Enderman macht nicht Puff, ich habe Angst, dass hier irgendwo... Wolfgang, gleich ein Monster kommt. Schrei bitte nicht so laut. Geht nicht. Ich kann nicht Puff machen. Was würdest du denn Puff machen? Was ist dieses lila-Zeug? Ich habe kein Zeug dabei. Lila, das ist Appetit. Appetit. Guten Hunger. Nomm es, nomm es damit. Oh, Skelett. Komm her, Skelett. Ich habe keine Energie mitgenommen, ich depp. Da ist aber ein Zombie. Ja, ich weiß. Kreosite-Eule? Was macht denn das? Stirb! Ja, das ist ein Geheimnis. Ach, warte mal. Du machst die Kohle... Oh nein, da muss irgendwo... Aus der Kohle wird Coal Coke und eventuell Kreosite-Sought-Ele? Ja. Ja, Monster-Spawner oder was? Und wofür braucht man das? Tja. Ich mach den Zombie kalt. Ja, tag me. Sag mal. Oh Gott! Das versteht mich voll. Ich habe keine Ahnung. Du weißt es nicht? Du machst es einfach nur. Ich weiß es nur. Oder ich will es nicht sagen. Naja, es kommt automatisch gut da raus. Aber ich kann aber noch was cooles machen. Hab ich mal gelesen. Ich hab aber noch nicht gelesen, was. Alles gut, Voice. Hier ist unsere Schalltrale. Ich glaube, ich muss mal danach googeln. Was? Unsere Schallzentrale? Ja. So schön ausgebaut. Ihr Hübschen. Oh, jetzt habe ich hier Blaze-Powder. Ich brauche Energie, hier Hampelmänner. Mit Pool. Ja, und Eichenerz. Oh, du Hampelmann. Warte mal. Das Blaze-Powder kann ich doch direkt wieder umwandeln, wahrscheinlich. Für Diamanten, glaube ich. Pole? Nein, das ist ein Enderman bei uns vor der Tür. Ich brauche Energie. Ey, was ist das denn? Aus der Wand ist Fleisch gedroppt. Wie geht das denn? Toll. Ein Mobius-Foil habe ich rausgekriegt. Super. Raza, ich habe gerade Fleisch abgebaut und aus der Wand ist Fleisch gedroppt. Ey, gedroppt. Guck mal, ich habe eine Mütze. Ich habe eine Mütze. Du hast, was? Aus der Wand? Was? Hä? Ich habe gerade einen Stein abgeschlagen und auf einmal ist da ein Dings gedroppt. Ist ein Stein gedroppt und dann habe ich weitergeschlagen und danach sind zwei Fleischstücke gedroppt. Was für ein Fleisch denn? Das Wandfleisch? Nee, Rottenfleisch. Vielleicht war der ein Zombie, der ja tut... Aus der Wand. Aus der Wand. Vielleicht war der in der Wand eingesperrt, als du die Wand geschlachtet hast? Keine Ahnung. Geschlachtet vor allen Dingen. Ich gehe auch mal raus und schlachte Bände. Ja. War ich öfter so. Macht nicht. Denk mir so, jetzt ein schönes Kotelett von der Wand. Jetzt eine schöne Wand? Oh ja. Das wäre jetzt was Feines. Ja. Und in eine Richtung. Schlagen wir uns weiter. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Hier ist so viel... Oh, ich habe schon wieder dunkelblau von... Dunkelblau. So... Du blau bist auch Saphir, oder? Äh, ich habe... Ja genau, Saphir. Nee, und hier habe ich noch Lapislazuli gefunden. Lapislazuli! 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 Ah, okay. Willst du, wenn er gleich eine richtige Quarry bauen, oder? So eine kleine? Ja, schon. Schon. Wir müssen mal gucken, wo wir die hinbauen, ne? Also, das ist ja schon echt extremer Raubbau. Oh, oh, da wo Gravel ist, ist auch meistens Lava. Also auf... Quarry? Die bis zum Raubbau, nur weil die alles weg macht, bis auf... Bedstones? Bedstones? Ist doch kein Raubbau. Also, ich habe... Aber hier ist Wasser, also kein Heim. ... 64 ausgehöhlt und mir da einfach mal so ein paar Reaktoren reingebaut. Okay. Ich habe Lava gefunden und eine ganze Hürde. Wollte ich gar nicht. Und noch... Oh, hier haben wir einen riesen Nahweis gefunden. Richtig geil für eine Combustion Engine. Oh, geil. Sehr geil. Combustion Engine? Co-Booster für dieses, äh... Ge-ge-ge-ge-geo-metall-methol-geo-thermal. Geo-metol! Ja, ich habe zu viel Geo-metol gefressen. Geo-metol. Geo-termal. Ne, Geo-metol. 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 Geo-metol für den frischen Atem. Für den heißen Atem, wo er... Wo er... Ich meine, wenn du mal einmal gut mit Lava durchspülst, hast du zwar gerne Bakterien mehr, aber wahrscheinlich auch keine Zunge mehr. Hallo? Ja. Quasi auch keine Mundgeruch. Haben sie auch Probleme mit schlechtem Mundgeruch? Jetzt Geo-metol. 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 Und die Zunge? Geo-metol. 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 Geo. Geo. Geow. War alles gerade nach Bricks? Ich muss mal gucken, ob ich hier gleich noch einen anderen Stein verbaue, außer Bricks. Äh, außer, außer Stormbricks. Hast du eigentlich noch die, die, äh, Claybricks da? Also die Lehmbricks? Ähm, wenn noch welche in den Öfen sind, ja. Ich hab in unserem Schlafhaus auch welche in die Öfen reingetan, also. Weil ich würd mir nämlich ganz gerne mal die beibringen an nem Transmutation Table. Ach so, wo sind wir denn hergekommen? Shit. Ich verstehe. Äh, ich komm gleich wieder. Und dann finden wir schon irgendwo nichts. Du, da ist nichts drin, da ist nur Blas drin. Du musst im Hauptaus gucken. Im Hauptaus. Überhaupt, da ist sie überhaupt aus. Ei, 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 da muss die frei, ei, ei, ei. Kann so sein. Wie war das denn? Ja, ja. So war das. I found it. I found it. I found it. I found it. I found it something. Ist schon nicht schlecht, ja. Alter, wir machen hier voll das Höhlen-Netz, ey. Ja. Krass. Hab ich noch irgendwo Glas gerade in irgendein Ding drin? Ich mach mal kurz ein bisschen Eisen. Mach das. Eieieiei-Eisen. Eieiei-Eisen. Eieiei-Eisen. Kohle. Wir haben fast ein ganzes Stack Thin Ore. Also ich hab zumindest ein Stück bei mir. In the Tash. Oh, ist hier viel Kohle wie da ist es denn? Wollen wir, äh, aber wir wollen hier das Ganze, das hier brauchen wir das nicht hin, oder was unser... unser quarry wollen wir nicht hier in borne das wäre glaube ich nie das würde voll die dünne zerstören wo die map groß geht wollten eigentlich schaden suchen das ist eine gute frage vielleicht finden wir einen schaden und die stellen nur bei den semi kolon und was die apostroph apostroph apostrophs darauf ist mein schick ja dann muss es ja anstellen wie mache ich das ja du kannst es auf punkt kriegst du die konfigur also ja da habe ich habe ich habe ich habe ich habe hier ein pet 5 doggle large map was draufsteht bei mir auch ich habe es mir auf einem gelegt aber es ist rot hinterlegt ich mache es mal bei mir auf einem pet 9 so eine sehr kluge wahl findste ist mir eigentlich egal pass übrigens auch ich habe gerade laber gehört wie ist mir den großen see der hinter unserem haus quasi hinter der lager und haus das war die vorhin setzen ich gucke mir das gerade auf der karte an jetzt take a look das ist quasi hinter unserem haus da der da ja und willst du es im see machen hörst du das auch können sie auch alles machen was ist das denn im zeug von mir aus können wir es hier im see machen oder wir machen es in der wüste bei wasser mag ich also ich mag an wasserbogen nicht dass danach so ein komisches riesiger tiefer sehen wir können ja einen zaun drum bauen also ja ja moment moment war aber okay machen wir es also hier in der wüste also ich wollte mir jetzt noch nicht auf ich wollte jetzt hier nur schon mal schnell ja also hier ist irgendwie platz hier können wir es irgendwie machen in dem texture pack sieht sie mit dem helm aus wie honeyball lector wie honeyball lector das reicht ja wohl okay so jetzt brauchen wir jetzt jetzt brauchen wir warte 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 komm mal her warte guck mich an was eine enttäuschung wieso ach ich muss jetzt einen weg machen ich habe auf dem robberfeld geblickt und keinen robber bekommen oh was eine enttäuschung was sehr schön sehr schön was für ein bild eine frechheit ist das bekommst du auch ein fügel was macht ihr eigentlich da hinten wir fahren immer noch immer noch ey wir haben hier voll die adern ich habe ich habe auch adern und jetzt ich extra was was opfer ich denn jetzt was ist ein meter das hier ist noch meter wo hast du diamanten die hier oder hinten im haus ich habe hier keine im haus sind diaz ok danke wo ich weiß bescheid ich habe sie gesehen als ich scheiben gesucht habe ich opfer mal ein emerald mach das ich habe hier irgendwo laber ich habe vorhin laber gehört ich weiß noch nicht wo sie ist nicht mal einen halben steck äh briggs habe ich briggs sind immer noch schwer zu bekommen hier irgendwo ist lava ich weiß ich kann dir noch 41 briggs geben wenn du willst also mal hinten ist das schon ich werde nur überlegen ob ich ob ich den boden oder die wände mit briggs mache wow da ist ein creeper den boden für euch vielleicht macht das Sinn creepy 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 wie man wie das aussieht ich vertreibe ihn mit einem licht gefällt mir besser er geht hat keine lust er mag kein licht er schmollt das hinten wir jetzt brauchen wir ähm ach das haben wir auch da oben entliegen wo ist was machst du denn beruflich oder schule oder ich bin in der ausbildung zur bürokauffrau ja oha ja bürokauffrau fast fertig fast fertig ja nur noch ein halbes jahr vorsicht da ist der creeper hinter was die prüfung oder so geschrieben äh zwischen prüfung ja und die hauptprüfung die kommt noch der creeper ja wo ist das immer cobblestone dabei sehr gut wo ist das immer immer ein cobblestone wo ist das leider tres so wo ist das wo ist das wo ist das was Erst ist sie euch zu leise, jetzt ist sie euch zu laut. Voicy mögen dich einfach nicht. Ja, ich sehe es schon, ich gehöre auch wieder. Der hat einfach ein sehr stimmungsschwankendes Organ. Dann hast du Voicy noch nicht in voller Action gehört, ey. Wenn ihr euch nicht aufdreht, bei Left 4 2, dann fliegen alle um die Ohren weg. Ach, du Schande. So, von hier kamen wir. Ey, ich muss mal Schilder aufstellen, ey, ich fühl mich hier gar nicht mehr zurecht. Von hier sind wir gekommen. Von hier sind wir gekommen, mein Schatz. Ja. Praktisch. Und auch nicht. Entschuldigung. Von hier, wo ich hingegangen bin. Wo bist du? Ich habe ja aus Versehen Diamond Pipes gemacht, die haben wir jetzt, die liegen oben in unserem Haus. Wo bist du? Scheiße. Oh, aus Versehen. Oben in unserem Haus liegen wir. Ja, weiß ich. Da müsste ich jetzt. Dieser Eingang ist zu klein. Ich muss ihn größer machen. TNT? Hab ich ja gestellt. Wofür? Um uns in die Luft zu spüren. Für meinen Destruction-Ketalys. Warum hast du schon Destruction-Ketalys? Ich will auch. Ja, alles sinnlosig rein, ne? Alles sinnlose weg. Hier, TNT? Ich brauche auch viel Mobius. Das weg. Das kann ich dir geben. Wenn du herkunftsgeblich hast, hast du so viel? Ja. Ich bin gerade... Aber du brauchst, glaube ich, mehr als vier, du brauchst. Ja, ich brauche einmal für die aufgeladenen TNT-Blöcke brauche ich was. So. Ach, ich brauche auch noch vier. Wollen wir mal zurückbringen und unsere Erfolge... Ja. Wir dürfen aber nicht sterben. Sicher. Klar. Aber TNT ist auch ein Meter. Das ist mal ganz gut. Aber wir haben doch hier so eine Rubine und Nikolai und und und... Kann auch ein bisschen Ding sich verheizen, ein bisschen Uran. Ich habe Redstone und Lapiscilazili und Nikolai. Mich stört es nicht, wenn das macht. Ich weiß ja auch, dass ich brauche, wenn ich es brauche. Nein, man kann sich das später noch mal herstellen. Was zu essen? Aber wobei, Uran ist kein Wetter, ne? Oh, ich habe kein Gold, hast du Gold? Nein, Uran ist voll. Oh, dann lass es mal zurück, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht finden wir Schafe auch gar nicht weg. Oder zu Gloucester und was? Ja. Das macht es nicht automatisch, aber hinterher kommt, dass das Mobius vorher rauskommt. Hast du den Gangpowder? Das kommen aus... Was ist denn die Stufe davor? Redstone oder was? Ich habe keine Ahnung. Ah. Wir haben kein Gold, verdammt. Wir haben auch keins gefunden. Ja, toll, was heizt sich jetzt für Gold? Ich möchte hier nicht um. Uranium, es hat denselben Wert. So. Aber das ist viel, Uranium. Echt? Scheiße. Wieso denn? Du hast recht. Ach, jetzt. Hm. Was mit Stone Bricks? Ne. Ja. Was sind denn Bricks? Oh, dann müssen wir... Bricks ist noch Meta, Gold ist auch...